Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 25. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1306. Heute mit den folgenden wenigen Themen Pocket Card Jockey, iPhone 5C, WhatsApp, Rolex und Android 14. Ich starte gleich mit einem neuen Spiel. Das hört nämlich auf den Namen Pocket Card Jockey, obwohl neues Spiel ist nicht ganz korrekt. Wer Nintendo 3DS Nutzer war, der kennt das vielleicht. Dieses kommt jetzt exklusiv auf die Apple Arcade Plattform in 3D. Es ist eine Mischung zwischen Pferderennen und, ach was war das andere nochmals? Genau, Solitaire. Kann man spielen, wenn man mag, ist in Apple Arcade drin, gibt es kostenlos, ohne Werbung und allem drum und dran. Dann habe ich ja gestern in der letzten Episode gesagt, dass Apple neue iOS-Updates rausgehauen hat. Das heisst für eure aktuellen iPhones oder auch nicht ganz so aktuellen iPhones, doch ganz, ganz weit zurück hat Apple Updates rausgeschmissen. Nämlich für das 112 Monate alte oder anders gesagt, neuneinhalb Jahre junge iPhone 5S, nicht 5C, hat ein Update ausgespielt. Was kann das? Das hat einige Bugfixes gefixt, die eben zu fixen waren. Und da immer noch iPhone 5C, 5S, jetzt kriege ich es endlich hin, genau, Geräte im Betrieb sind da draussen, was ja nichts dagegen spricht, solange die funktionieren und eben Updates erhalten. Liebe Android-Community, neuneinhalb Jahre Updates. Es wird gestopft und das ist doch schön. Schön zu wissen, dass Apple auch so weit zurück geht. Andersrum muss man sagen, es müssen es auch recht gravierende Sicherheitslücken gewesen sein, dass man das bei so alten Geräten auch noch stopft. Oder eben, es sind sehr, sehr viele Geräte, die noch draussen sind. WhatsApp für den Mac, das soll endlich kommen, zumindest für alle Apple Silicon Mac Nutzenden da draussen. Aktuell ist es aus der Beta rausgefallen und es kann jedermann nutzen und auch jede Frau, wenn man dann möchte oder man geht einfach weg von WhatsApp. Splint Invest, die haben Neuigkeiten. Und zwar gibt es per Donnerstag dieses Jahres, äh, Donnerstag, genau, Donnerstag dieser Woche, neue Rolex GMT Master, eine Birkin-Handtasche, ein Chateau Latif Rothschild und so weiter und so fort. Wer sich da genauer informieren möchte, auf daily.geektalk.ch findest du die Information dazu, was alles möglich ist da draussen. Und zu guter Letzt gibt es noch tolle Neuigkeiten. Ich habe es vorher angesprochen, Richtung Android. Auch für Android gibt es Neuigkeiten. Zumindest hat man was im Code entdeckt, und zwar im Code für das kommende Android 14. Was soll da drin sein? Ja, ältere Apps, die eigentlich nicht mehr kompatibel wirklich sind, sollen nicht mehr gestartet werden. Weil eben Sicherheit. Wir hatten es vorher gerade. Wenn das so kommt, dann ist es gut. Angekündigt hat es Google schon lange, aber nie umgesetzt. Jetzt soll es anscheinend kommen. Also etwas, was wir von iOS her kennen, da wird einfach sehr schnell mal abgeschnitten, wenn dann wirklich die Zöpfe zu alt sind. Jetzt tut man das anscheinend auch bei Android. In der Zukunft dann irgendwann, wenn ihr das Android 14 Update bekommt. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.